Willkommen zum Netzpolitischen Wetterbericht in der 2020er. Wir kommen um uns zu Beschweren-Variante. Es ist etwas ungewöhnlich für mich, hier vor so vielen oder wenigen Menschen zu sprechen. Eigentlich gucke ich nur in eine Kamera und unser Netzpolitik-Video Mensch-Öwünsch sitzt dahinter. Da müssen wir alle durch, hoffentlich, um uns im nächsten Jahr wieder richtig sehen zu können und vielleicht auch noch mal irgendwann solche Momente zu erleben. Das ist ein Wetterbericht. Wir fangen mit dem schlechten Wetter an. Eines der Top-Themen in diesem Jahr war, EU-Minister wollen Hintertüren in verschlüsselter Kommunikation haben. Dazu hat das deutsche Innenministerium die EU-Ratspräsidentschaft in diesem zweiten Halbjahr des Jahres genutzt, um eine Resolution durchzubringen, die jetzt die EU-Kommission auffordern soll, einen Gesetzesvorschlag in diese Richtung zu bringen. Das Problem an dieser Debatte ist, entweder haben wir vertrauenswürdige, verschüsselte Kommunikation oder wir haben sie nicht. Denn wer glaubt denn tatsächlich, dass solche Hintertüren nur rechtsstaatlich kontrolliert genutzt werden können? Wir müssen die Augen aufhalten. Das ist eine Debatte, die die Integrität unserer Kommunikation wie kaum eine andere betrifft. Und das ist keine neue Debatte. Viele waren überrascht, wo auf einmal dieser Resolutionsvorschlag oder die Resolution herkam. Matthias Monroy hat auf Netzpolitik aufgeschrieben, dass das eigentlich ein mittlerer Höhepunkt einer über fünf Jahre bisher laufenden Kampagne für Hintertüren in verschlüsselter Kommunikation ist. Ein anderes Thema, was damit verwandt ist, sind die sogenannten Staatstrojaner. Ein Running Gag in jedem netzpolitischen Wetterbericht jedes Jahr. Staatstrojaner gibt es jetzt für alle, also für fast alle oder zumindest schon mal für einen Teil. Die Bundesregierung hat dieses Jahr beschlossen, im Rahmen des Verfassungsschutzrechtsreform allen 19 Geheimdiensten eine Lizenz zum Hacken mit Staatstrojanern zu geben. Die Bundespolizei soll es erhalten. Ich glaube, der Zoll soll es erhalten. Irgendwann ist nur noch die Frage da, welche Behörde soll das eigentlich keine Staatstrojaner behalten? Das Problem bleibt das gleiche. Unsere Sicherheitsbehörden kaufen mit Steuergeldern Staatstrojaner bzw. Sicherheitslücken auf Graumärkten, auf Schwarzmärkten auf, um diese Staatstrojaner zu munitionieren, um andere zu hacken. Und in der Zwischenzeit bleiben unsere Geräte alle auch verwundbar und im Namen der Sicherheit wird hier massive IT-Unsicherheit geschaffen. Es gibt aber auch gute Entwicklungen im Bereich Staatstrojaner. Mittlerweile finden auch Razzien bei Staatstrojaner-Firmen statt, wie bei Finnfischer. Das ist übrigens das Ergebnis einer gemeinsamen Strafanzeige von uns, also Netzpolitik.org, Reporter ohne Grenzen, der Gesellschaft für Freiheitsrechte und ECC HR. Wir haben mal Strafanzeige gestellt, weil mal überprüft werden sollte, wie kommen denn Finnfischer Staatstrojaner in repressive Staaten, wo sie nicht hin exportiert werden dürfen. Da gibt es tatsächlich mittlerweile Ermittlungen. Das ist erfreulich. 2020 war auch das erste Jahr, wo Smart Home-Geräte als Zeugen vor Gericht geladen werden, so in der letzten Woche passiert in Regensburg, wo mit Alexa-Daten ein Mord ermittelt wurde. In diesem Jahr hat auch das Bundesministerium des Inneren für Bau und Heimat das zweite IT-Sicherheitsgesetz auf den Weg gebracht. Zumindest im Bundeskabinett wurde es im Dezember beschlossen. Es war die vierte Version eines zweiten Gesetzes. Für die vierte Version gab es ganze, ich glaube, zweieinhalb Tage Reaktionszeit. Das ist ein Armutszeugnis, beziehungsweise ja, ein Schlag ins Gesicht für engagierte Ehrenamtler, die sich in diese Debatte einbringen wollten, würden, um mit ihrer Expertise der Bundesregierung auch zu helfen, ihre Gesetzesvorschläge besser zu begutachten, bevor das später in die freie Welt, äh, Wildbahn entlassen wird. Es gibt eine ganze Menge Kritik an diesem IT-Sicherheitsgesetz Version 2.0. Die Kritik geht in die Richtung, es gibt erhebliche mehr Erweiterungen der darin erhaltenen Überwachungsbefugnisse. Das BSI ist immer noch nicht unabhängig, sondern immer noch Weisungsbezug befugt durch das Innenministerium. Die Befürchtung ist, dass das BSI damit noch stärker zu einer weiteren Sicherheitsbehörde werden kann. Das BSI soll auch hacken dürfen, soll auch in Datenverkehr reingucken dürfen. Also eine ganze Menge Befugnisse für das BSI, was auf der einen Seite Vertrauen schaffen soll, auf der anderen Seite halt durch seine fehlende Unabhängigkeit zu wenig Vertrauen zurecht genießt. 2020 war ein ambivalentes Jahr. Erstmal wurde das BND-Gesetz aus dem Jahr 2016, glaube ich, für illegal erklärt oder in Teilen verfassungswidrig erklärt. Dem voraus ging eine Klage unter anderem durch die Gesellschaft für Freiheitsrechte und Reporter ohne Grenzen. Hier sieht man Christian Mier und Ulf Burmeier in Karlsruhe. Das war ein schönes Erlebnis. Andererseits führte das dazu, dass die Bundesregierung das BND-Gesetz eigentlich ohne große Änderungen dann jetzt Ende des Jahres wieder durchgebracht hat. Das heißt, wir müssen jetzt wieder, es wird jetzt im Schnelldurchgang durch den Bundestag gehen, weil nächstes Jahr Bundestagswahlen sind. Das heißt, alles, was jetzt beschlossen wurde, wird jetzt irgendwie im nächsten halben Jahr durchgepeitscht. Und dann müssen wir wieder ein paar Jahre warten, bis das Bundesverfassungsgericht darüber urteilen wird. Wir gehen davon aus, dass es immer noch verfassungswidrig ist. 2020 war aber auch ein gutes Jahr für gute Nachrichten. Wir haben immer noch traditionelle Informationstransportmittel. Pferd schlägt Internet, zumindest wenn man im Sauerland vier Gigabyte Daten über zehn Kilometer in eine dort entfernte Druckerei schicken möchte. Das Pferd brauchte eine Stunde, die Internetleitung brauchte über drei Stunden. Ja, auch das ist alles, hängt zusammen mit einem verkorksten Breitbandausbau. Die Bundesregierung hat die Novelle des Telekommunikationsgesetzes auch kurz vor Weihnachten auf den Weg gebracht. Eines von vielen Gesetzen, wo sie es geschafft haben, noch mehr Überwachungsbefugnisse unterzubringen. Eines der schönsten Parts des Koalitionsvertrags dieser aktuellen Regierung war ein Recht auf Internet als Versprechen, einen Universaldienst, der zumindest 2025 kommen sollte. Also etwas Hoffnung für einige Menschen, die zum Beispiel in Brandenburg wohnen und noch nicht mal Telefon im Moment haben. Zumindest kein Mobiltelefon. Ich kenne da genug Gegenden, wo ich irgendwie in diesem Sommer mal zum Spazieren war und echt verwundert war. Aber ja, das Recht auf Internet kommt jetzt doch nicht. Also total abgeleitet vielleicht so ein bisschen. 2025 soll es aber Gigabit-Internet geben. Also wenn das nicht mal eine gute Durchhalteparole ist. Also der Markt wird schon richten, der Markt wird es weiter richten. Der Markt hat uns auch in den letzten 30 Jahren erfolgreich Glasfaserkabel überall hingelegt. Aus der Kategorie ausnahmsweise würde hier Überwachung mal mehr Sinn machen. Der häufig bisher unkontrollierte Zugriff von Polizeibeamtinnen auf Meldedaten bleibt ein großes Problem. Hier gibt es einen schönen Podcast mit der Kabarettistin Edil Baida, was Konstanze Kurz und Linus Neumann gemacht haben. T.C. ist selbst betroffen durch die NSU 2.0-Mails. Es war tatsächlich so ein kleiner Volksspot, hatte man das Gefühl in diesem Jahr, dass Polizeibeamtinnen weitgehend unkontrolliert, ohne dass es irgendwie geprüft wird, auf Meldedaten zugreifen können. Und die dann in den unzähligen Einzelfall-Chatgruppen von rechtsextremen Sicherheitsbehörden, Mitarbeiterinnen auftauchen und die Regierungen, Landesregierungen, Bundesregierungen nicht mehr hinterherkommen, diese Einzelfälle zusammenzuzählen. Das bleibt ein wichtiges Thema nächstes Jahr, weil eine Lösung haben wir bisher noch nicht gesehen. Ein Thema war auch sehr dominant dieses Jahr, die drohende Auslieferung von Julian Assange an die USA für die Enthüllungen, die Wikileaks im Jahr 2010 durchgeführt hat, von Collateral Murder bis zu den Cables. Am 4. Januar 2021 soll da eine Entscheidung kommen. Das Verfahren ist immer noch ein politischer Prozess. Es wird kein faires, kein fairer Prozess für Julian Assange in den USA geben. Das ist ein Statusexempel. Damit sollen alle Journalistinnen und Whistleblowerinnen eingeschüchtert werden, dass sie sich bloß nicht mit den USA anlegen und das gefährdet die Pressefreiheit. Insofern Solidarität mit Julian Assange, Solidarität mit Wikileaks und wir drücken die Daumen, dass es doch noch besser läuft als befürchtet. Erinnert ihr euch nach ein letztes Jahr, wo wir zu Tausenden gemeinsam spazieren gingen, um auf die drohende Urheberrechtsreform aufmerksam zu machen? Die Urheberrechtsreform wird jetzt in nationales Recht umgesetzt und eigentlich ist alles noch viel schlimmer als befürchtet. Oder eigentlich läuft es genauso, wie man es befürchtet hat. Uploadfilter sollen kommen, auch wenn letztes Jahr von allen gesagt wurde, keiner möchte was mit Uploadfiltern zu tun haben. Die Große Koalition regelt das aber schon so in diese Richtung. Eigentlich in einem ersten Gesetzesentwurf sollten kleine Auszüge zumindest legal bleiben. Auszüge wie Memes oder bestimmte kleine Grafiken und Videos in bestimmten Formaten. Das war schon alles absurd, aber im Moment sieht es dann heraus, dass selbst diese ganzen Sachen wegfallen. Julia Reda macht hier eine super Arbeit. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte sind dran mit dem Projekt Kontroll C. Das ist auf jeden Fall ein Thema, wo es nochmal Großdemonstrationen geben müsste. Und leider fällt das jetzt auch alles erstmal aus, weil die Querdenkerinnen leider das alles erfolgreich durchgespielt haben und auch einen Boden bereitet haben, wo Demonstrationen absehbar leider wahrscheinlich so nicht möglich sein werden in Verbindung mit der Corona-Pandemie. Wo wir bei Musikindustrie sind. Die Musikindustrie geht jetzt auch gegen Open Source Tools vor. In diesem Fall hat es YouTube.dl getroffen, weil mit YouTube.dl als Tool auch urheberrechtlich geschützte Inhalte von YouTube heruntergeladen werden können. Neben allen anderen Inhalten, die explizit zum Herunterladen dort eingestellt werden, wie zum Beispiel unsere ganzen Videos. Die Electronic Frontier Foundation unterstützt jetzt YouTube.dl. Der Source Code ist wieder da. Es hat auch Auswirkungen auf Deutschland. In Deutschland sind auch Provider, Hoster und Projekte von Abmahnung betroffen gewesen. Wir bleiben da dran. Das ist so eine gefährliche Entwicklung. Wir dachten eigentlich, diese Art von Copyright Wars sind vorbei, aber die Musikindustrie schlägt zurück. Ein Thema, was die letzten Jahre sehr dringend war, wo wir vom Schlimmsten ausgegangen sind, ist die EU-Verordnung gegen Terrorpropaganda. Da gibt es jetzt vom sogenannten Trilog zwischen EU-Parlament, EU-Kommission und EU-Rat eine Einigung, die, wir sind ja schon glücklich darüber, wenn es nicht ganz so apokalyptisch schlimm wird, und die dazu geführt hat, dass es keine verpflichtenden Upload-Filter gibt, aber Upload-Filter eingesetzt werden dürfen, dass es wenigstens nicht kleine und nicht kommerzielle Plattformen getroffen hat. Aber das Hauptproblem bleibt schnelle Reaktionszeiten, fehlende demokratische Kontrolle, was denn jetzt wie in diesen Terrorpropaganda-Datenbanken drin steckt. Und die große ungeklärte Frage ist, was ist eigentlich Terrorpropaganda, was ist Terrorismus? Das ist tatsächlich eine politische Debatte. Es ist nicht ganz so klar definiert und es wird auch unterschiedlich interpretiert. Das, was Orban vielleicht in Ungarn für Terrorpropaganda hält, das sind für uns Menschenrechtler. Wenn in Polen gegen LGBTQ-Aktivistinnen vorgegangen wird, dann kann das auch als Terrorismus oder Terrorpropaganda von Teilen der polnischen Bevölkerung angesehen werden. Und für Teile der NRW-Landesregierung und RWE sind Aktivistinnen von Ende Gelände und ähnlichen sozialen Bewegungen Terroristen. Und soll man dann diesen Politikerinnen, diesen Institutionen die Möglichkeit geben, einfach mal Inhalte von Protesten sperren zu lassen? Wir sind noch nicht so ganz überzeugt, dass die Safeguards in diesem Kompromiss überzeugend sind. Nur drin steht, die Meinungsfreiheit soll auf jeden Fall gedeckt sein. Aber man soll auch mit grenzüberschreitenden Befugnissen einfach mal irgendwelche Sachen löschen können und lassen uns überraschen. Ein Thema ist zurück, was wir dachten, es ist endlich auf der Mottenkiste in der netzpolitischen Debatte gelandet. Die Netzsperren sind zurück. Und zwar wollen verschiedene Landesmedienanstalten gegen verschiedene Pornoportale mit Netzsperren vorgehen, weil die Pornoportale sich weigern, obwohl sie in der EU sitzen, in Malta, sich auf Jugendschutzverifikationssysteme einzurichten. Das Problem in dieser Debatte ist, vor zehn Jahren hat die Zivilgesellschaft Alternativen entwickelt mit Löschen statt Sperren, die auch tatsächlich zu einer besseren Durchsetzung damals im Kampf gegen Missbrauchsdarstellung von Kindern irgendwie geführt haben. In diesem Fall fehlt einfach eine Debatte und uns fehlen die guten Argumente und die guten Alternativen, die wir dagegen setzen können, um diese Netzsperren zu verhindern, die sonst womöglich auf einem Verwaltungsakt kommen werden, wo dann alle überrascht sind, wo auf einmal diese Netzsperren herkommen. 2020 war auch das Jahr, wo Amazon und Co. gegen Protestierende demonstriert haben. Es gibt hier eine ganz gute Enthüllung über das Global Security Operation Center, also einem eigenen Überwachungsapparat innerhalb von Amazon, der Klimaaktivistin beobachtet, falls die mal Amazon-Boykotte starten wollen, aber auch Streikende beobachtet und sehr genau definieren kann, dass zum Beispiel in Leipzig 46,37 Prozent der Personen an einem Streik teilgenommen haben, aber keine Führungskräfte. Wir haben dann bei Netzpolitik.org mal angefragt, was Amazon zu diesen Vorwürfen sagt. Und wir bekamen eines der schönsten überspezifischen Dementis in diesem Jahr präsentiert, als dann ein Sprecher zurückschrieb, dass es nie eine Beobachtung der Aktivitäten durch operative Mitarbeiter vor Ort gab. Also mit anderen Worten, man beobachtet sie nicht mit operativen Mitarbeitern, aber man weiß sehr genau, wer und wie viel dort vor Ort waren. Man sourced es dann wahrscheinlich aus. 2020 war auch das Jahr, wo der endgültig beschossen wurde, dass ab 2021 Fingerabdrücken in unseren Personalausweisen aufgenommen werden sollen. Wer noch keinen neuen Personalausweis hat, wer verhindern möchte, dass die eigenen biometrischen Fingerabdrücke ab dem Sommer nächsten Jahres in irgendwelchen Datenbanken landen, wo man sie wahrscheinlich nie wieder rausbekommt, bis Sommer ist noch Zeit, sich einen neuen Personalausweis zu organisieren. Der Alte kann vom Hund gefressen sein, in den Gulli gefallen sein, irgendwas, das kostet nur leider etwas, einen neuen auszustellen. Wer dafür seine Fingerabdrücke behalten möchte, kann sich ja überlegen, ob das einem etwas wert ist. Ja, kommen wir mal zu heiter bis wolkig. Dieses Jahr hat auch gezeigt, oder hat die konservative Elite gezeigt, welche Digitalkompetenzen und Wirtschaftskompetenzen prägende Personen aufweisen können. Karl Theodor zu Gutenberg hatte gleich zwei glückliche Händchen. Sowohl mit Augustus Intelligence als auch mit Wirecard hat er zweimal auf das richtige Pferd gesetzt und dann gleichzeitig, ja, seine Kompetenz gezeigt als Lobbyist, aber auch als, ja, ein guter Versteher von innovativen Geschäftsmodellen, die unsere Wirtschaft nach vorne bringen oder zumindest das Potenzial haben, sehr viel Geld zu verbrennen, und zwar das Geld von anderen Menschen. 2020 war auch das Jahr, wo wir zum ersten Mal getestet haben, ob unsere Katastrophen-Alarmsysteme funktionieren. Rückblickend kann man sagen, gut, dass wir getestet haben, sie haben nämlich nicht funktioniert. Teilweise wurde die falsche Technik eingesetzt, möglicherweise gibt es da jetzt Reformen, teilweise waren die Prozesse halt so, dass sich Alarmmeldungen irgendwie, ja, überschnitten haben, sich gegenseitig blockiert haben, und, ja, wäre jetzt die Zombie-Apokalypse eingetreten, dann wären wir jetzt alle tot. Das wird beim nächsten Mal hoffentlich besser. 2021 war auch das Jahr, wo wir zumindest im Sommer gute Hoffnung hatten, dass wenigstens eine positive Sache aus Corona hervorgehen kann, nämlich Masken schützen vor Überwachung. Ja, also das war zumindest so ein bisschen die Hoffnung im Sommer. Mittlerweile haben die ganzen Machine-Learning-Algorithmen irgendwie nachtrainiert und sich verbessert. Eine Maske hilft immer noch gegen Erkennung, aber wir wissen nicht mehr so genau, ob sozusagen jedes System Maskenträger jetzt nicht mehr identifizieren kann oder nicht. Man sollte im Zweifelsfall doch schon wieder davon ausgehen. Also zusätzlich schminken oder sonstige Sachen verwenden. 2020 war auch das Jahr, wo eine polnische Firma eine Gesichtserkennungssuchmaschine in der Europäischen Union auf den Markt brachte, nach unserer Berichterstattung die Europäische Union verlassen musste. PimEyes zeigte, dass jedes Foto, was irgendjemand im Netz hinterlässt, von solchen Unternehmen, die nicht nachfragen, ob sie diese Bilder verwenden dürfen, auch missbraucht werden können, um Überwachungsapparate damit zu füttern. Aber wenigstens gibt es auch positive Entwicklungen. Es gibt ein Moratorium, zumindest in den USA, von einigen Firmen wie IBM, Amazon und Microsoft, erst mal nicht Überwachungstechnologie mit Gesichtserkennungssystemen an die Sicherheitsbehörden, an die Polizeibehörden zu liefern. IBM scheint da rhetorisch sogar noch weiterzugehen. Wie gesagt, wir müssen uns immer von der Realität dann überzeugen lassen, was tatsächlich auch aus diesen PR-Meldungen wird. Aber es ist zumindest, sagen wir mal, einer der Verdienste der Black Lives Matter-Bewegung, dass es in den USA eine gesellschaftliche Debatte um Gesichtserkennungsüberwachungssysteme gab und gibt und ihre rassistischen Bias-Probleme. Das löst natürlich nicht unser Problem in der Europäischen Union. Was fehlt, ist immer noch ein Verbot von automatisierter Gesichtserkennung im öffentlichen Raum. Die Kampagne banfacialrecognition.eu von E-TRI und anderen europäischen Organisationen möchte das schaffen. Dringend notwendig wäre es, weil man sieht, diese Technologie wird sonst immer weiter ausgerollt. 2020 hat auch Max Schrems das zweite Mal gezeigt, dass man durch Engagement, juristische Hartnäckigkeit, ein Datentransferabkommen zum zweiten Mal abschießen kann. Er hat das Privacy Shield abgeschossen. Seitdem ist Panik überall, wie man denn jetzt damit umgehen sollte, dass der Europäische Gerichtshof einfach mal dieses Privacy Shield, was wir damals schon als Safe Harbor mit neuem Logo verkündet hatten, dass das einfach weiterhin verfassungswidrig ist, weil in den USA einfach nicht gewährleistet ist, dass unsere Daten dort nicht von Sicherheitsbehörden, Geheimdiensten zweckentfremdet werden dürfen. Das heißt, unsere Datenschutzrechte werden in den USA nicht so berücksichtigt, wie es auf dem Werbepaketprospekt steht. Das Problem bleibt natürlich, dass unsere Rechte auch in europäischen Ländern nicht ausreichend geschützt werden. Das ist so ein kleines Logikproblem hinter dieser Entscheidung. Aber das sollte der Europäische Gerichtshof auch mal lösen. Dafür hat die Werbeindustrie durch ihr Lobbying es geschafft, besseren Schutz von Verbraucherinnen gegen intransparentes Tracking und Datenschutzvoreinstellungen im Rahmen der E-Privacy-Verordnung zu verhindern. Die E-Privacy-Verordnung könnte uns erlösen, auch von diesen ganzen Dark Patterns, wenn wir auf irgendwelche Seiten gehen, um dann irgendwie diese Cookies auszuschalten oder nicht und so weiter. Das hängt alles damit zusammen, dass eigentlich seit fünf Jahren, seit der Datenschutzgrundverordnung, die E-Privacy-Verordnung als kleine Schwester parallel hätte beschlossen werden sollen, aber massiver Widerstand dazu geführt hat, dass wir einfach immer noch schutzlos intransparenten Tracking ausgesetzt sind. Die E-Privacy-Verordnung kann man deshalb auch als BER der Netzpolitik bezeichnen. 2020 sollte es eine Reform des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes geben. Wir sind und waren dahingehend sehr ambivalent. Auf der einen Seite sollte es Verbesserungen geben gegenüber der ersten Version durch ein sogenanntes Put-Back oder Put-Back-Möglichkeiten, also eine bessere Ausgestaltung der Rechte von Nutzerinnen gegen Overblocking, gegen generell Löschaktionen vorgehen zu können, mehr Rechte für Verbraucherinnen. Die Bundesregierung hat es geschafft, das zu vermixen mit einer Meldepflicht für soziale Netzwerke, so dass halt alle potenziell strafbaren Inhalte direkt ans Bundeskriminalamt hätten weitergeleitet werden sollen, wo dann riesige Datenbanken entstanden wären, mit potenziell strafbaren Inhalten, aber potenziell vielleicht auch nicht. Mal gucken. Der Bundespräsident hat das Ganze wieder zurückgeschickt und sich geweigert, das zu unterschreiben. Wir sind gespannt, wie die Reform aussieht. Die Reform hängt aber auch damit zusammen, dass mittlerweile auf EU-Ebene die passenden Gesetzesprozesse angelaufen sind, und zwar mit dem sogenannten Digitale-Dienste-Paket, einem Gesetzesprozess, der seinen ersten Höhepunkt im Dezember 2020 erreichte, durch die Präsentation des Digitalen-Dienste-Gesetzesentwurfs und des Digitalen-Marktes-Gesetzesentwurfs. Nichts weniger als ein Plattform-Grundgesetz will die EU-Kommission auf den Weg bringen und das wird die entscheidende netzpolitische Schlacht und Debatte der nächsten Jahre werden. Hier geht es auf der einen Seite darum, wie wir die Marktmacht von großen Plattformen, von marktdominanten Plattformen begrenzen können, welche Mittel es dafür gibt. Es geht aber auch um ganz banale Dinge wie Content-Moderation, also um all die Debatten, die wir schon im Netzwerkdurchsetzungsgesetz geführt haben. Es geht um Fragen der Interoperabilität, ob wir zukünftig von WhatsApp irgendwie zu Signal kommunizieren können oder ob überall dann auch einfach mal bei den Übergängen Hintertüren eingebaut werden sollen. Es geht um Zugang zu Daten für Forschende, für Regulierungsbehörden, weil im Moment gibt es eine massive Machtasymmetrie, dass diese Plattformen auch durch den Echtzeitzugriff auf ihre ganzen Datenberge und in Verbindung mit ihren Forschungsabteilungen eigentlich in Echtzeit genau feststellen können, ob ein Button einen Millimeter weiter links irgendwie süchtiger macht oder nicht. Es gibt aber so gut wie keine legalen Möglichkeiten bisher sozusagen für Überprüfbarkeit, Kontrolle und so weiter. Das wird alles in diesem Gesetzespaket verhandelt. Es geht um Algorithmen, Transparenz und Kontrolle. Es geht eigentlich darum, welche Regeln gelten fürs Netz in den nächsten 20, 25 Jahren, weil das Ganze ist auch eine Reform der E-Commerce-Richtlinie aus dem Jahre 2001. Damals war Google ganz klein, Facebook hatte sich noch nicht gegründet und Amazon verkaufte Bücher. Mittlerweile ist es die Welt eine andere. Es betrifft aber nicht nur Plattformen, sondern möglicherweise betrifft halt diese Gesetzgebung erst mal das halbe Netz, auch wenn Haftungsfragen erst mal nicht so wirklich angefasst worden sind, außer für marktdominante Inhalte. 2020 war dann auch die Renaissance einer alten Technologie, von der wir gehofft hatten und geglaubt hatten, dass sie schon längst wieder weg ist. Comeback des Jahres, das Faxgerät steht aber leider auch für den Zustand unseres Gesundheitssystems. Das ist in einer Pandemie leider ein bisschen suboptimal, um das mal diplomatisch auszudrücken. Ich kann es aber auch sagen, ohne Faxgeräte wären wir wahrscheinlich echt am Arsch. Mal gucken, ob es da noch Verbesserungen gibt. Ein verdienter digitaler Zivilgesellschaft war die Corona-Warn-App. Man kann viel über die Corona-Warn-App kritisieren. Wenigstens gibt es kein anderes Land, wo mehr Menschen sowas nutzen. Die meiste Kritik an der Warn-App ist auch ein bisschen unqualifiziert. Wir konnten auch erfolgreich verhindern, dass diese ganze Debatte im Frühjahr dazu genutzt wurden, um ein Überwachungsapparat aufzubauen, der für diesen Sinn und Zweck der Kontaktverfolgung möglicherweise komplett irrelevant gewesen wäre, aber dazu geführt hätte, dass wir alle viel mehr Überwachung bekommen. Auch heute vergeht eigentlich kein Tag, wo alte weiße Männer ohne viel Ahnung von Technik den Datenschutz dafür verantwortlich machen, dass wir in dieser Corona-Pandemie stecken. Ich kenne ja sehr viele andere Gründe, die viel logischer wären. Die Corona-Warn-App hat weiterhin Probleme. Ein Problem war, dass man in der Bundesregierung das mit dem Open Source noch nicht so ganz verstanden hatte. Es war zwar schön, dass wir eine App haben, die Open Source ist, aber Open Source bedeutet auch im Idealfall, dass eine App immer weiterentwickelt wird mit einer Community. Man hatte manchmal das Gefühl, so im Frühjahr wurde die App präsentiert, dann waren Sommerferien, dann dachten alle so, Puh, Corona-Pandemie ist vorbei, wenn wir Glück haben, brauchen wir diese App auch nicht weiterzuentwickeln. Und dann war auf einmal die hohen Fallzahlen der zweiten Welle wieder da. Und seitdem gibt es hektisches Geschehen, es gibt Updates, aber einiges fehlt noch. Cluster-Erkennung ist noch nicht eingebaut, es gibt demnächst ein Kontakttagebuch. Wir müssen weiterhin verhindern, dass irgendwie Überwachungsmaßnahmen eingebaut werden. Und die Probleme bestehen einfach bei dieser App darin, dass immer noch nicht alle Labore an das System angeschlossen sind, dass teilweise Testergebnisse eine Woche dauern, bis sie mal von A nach B kommen, um in das System reingefahren zu werden, dass man auch monatelang gebraucht hat, um auf die nächste Version der Google-Apple-Schnittstellen aufzurüsten, dass es irgendwie eine viel zu schlechte Kommunikation gibt, was zu weniger Vertrauen führt und zu mehr Akzeptanzschwierigkeiten. Das sind alles lösbare Probleme. Aber letztendlich bräuchten wir diese App auch gar nicht, wenn unsere Hausaufgaben in der Politik früher gemacht worden wären, wenn wir uns darauf vorbereitet hätten, auf eine mögliche Pandemie und wenn wir als Gesellschaft alle Masken überall tragen würden. Corona hat auch dazu geführt, dass es mittlerweile Corona-Listen gibt. Ihr kennt es alle aus der Vergangenheit, als wir noch in Bars und Restaurants gehen konnten, zumindest diejenigen, die da hingehen wollten. Man trug sich dann ein, kaum einer gab seinen richtigen Namen an, weil das mit dem Datenschutz nicht wirklich gut gelöst war. Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber eines der Hauptprobleme war und ist halt immer noch, dass die Polizei diese Corona-Listen für Ermittlungen nutzen wollte und das auch tat. Hier hätte der Gesetzgeber durch eine klare Begrenzung des Zugriffs auf diese Daten mehr Vertrauen und Akzeptanz schaffen können. Wir werden alle zwangsgeimpft, was letztes Jahr eigentlich noch ganz putzig war, wurde dieses Jahr tierischer Ernst, zumindest in Teilen der Gesellschaft und befeuert durch die Mechanismen von Plattformen wie YouTube, Telegram, Facebook und ausgenutzt von denen, denen man früher den Vogel gezeigt hätte. 2020 war dann auch das Jahr, als wir unseren Eltern und Verwandten erklären mussten, dass sie nicht alles glauben sollen, was im Internet steht oder auf WhatsApp von einer Cousine dritten Grades ihrem Freund weitergeleitet wurde. 2020 war auch das Jahr, wo wir sehr viel mehr über Verschwörungsmythen erklären und recherchieren mussten. Wir wissen zwar immer noch nicht, wie viel Geld bei einigen Verschwörungsunternehmern gelandet ist, haben aber das System verstanden und nehmen uns bei der nächsten Pandemie vor, damit richtig reich zu werden. Es ist auch vollkommen unglaublich, was für Menschen da gerade rumlaufen und mit was für Geschichten einfach mal sehr vielen Menschen, die Kontrollverlust verspüren, die Unsicherheit verspüren, das Geld aus der Tasche ziehen können. Es gibt auch Widerstand als Franchise-System. Michael Ballweg von Querdenken 711 hat das perfektioniert. Damit wird man auch Unternehmer des Jahres, wie das ZDF-Magazin Royale in einer Kooperation mit uns feststellen konnte. 2020 wurde auch das Jahr jetzt endgültig Licht auf die versteppte Digitalisierung des Bildungssystems geworfen wurde. Wo sind eigentlich die Milliarden aus dem Digitalpakt gelandet? Bisher wurden anscheinend erst Millionen ausgesendet. Viele Eltern und Schülerinnen sind immer noch traumatisiert von den Erfahrungen im ersten Lockdown, wo man die ganze Zeit PDFs und Dokumente zum Ausdrucken und wieder einscannen zugeschickt bekam und dann nichts mehr hörte. Und viele freuen sich gerade auf die ersten Wochen oder Monate im neuen Jahr, wenn das so weitergeht. Viele Versprechungen wurden von der Politik gemacht und vielleicht gibt es am Ende dieser Pandemie etwas mehr Digitalisierung an unseren Schulen. Vielleicht war auch die nächste Pandemie gemeint. Kommen wir mal zu positiveren Themen. Auch wenn die Digitalisierung des Bildungssystems teilweise schiefgegangen ist, ein Unterricht im Lockdown nicht immer funktioniert, weil dafür müssten alle Schülerinnen ja auch Geräte haben und vor allen Dingen Bildungsplattformen haben. So hat sich zumindest in diesem Jahr gezeigt, dass es viele engagierte Menschen aus der digitalen Zivilgesellschaft gibt, die mitgeholfen haben, Infrastrukturen bereitzustellen, die a. funktionieren und b. datenschutzfreundlich sind und c. nicht Zoom oder Microsoft Teams sind. Danke an alle Menschen, die das aufgebaut haben. Hier nur ein paar als Beispiel an den Unis, an unzähligen Schulen, an Kommunen wie Ulm oder Mannheim, Vereinen wie Cyber4EDO oder großskaliert wie Freifunk München. Ihr habt vielen Menschen den Arsch gerettet und vor allen Dingen geholfen, dass halt Alternativen zum Monopol der datenkapitalistischen Zentralisierung möglich sind. Also schön, dass es datenschutzfreundliche, offene Alternativen gibt, aber es war auch schön zu sehen, dass es im Frühjahr vor allen Dingen aus der digitalen Zivilgesellschaft viel Hilfsbereitschaft gab, in dem Moment, wo die Politik erklären musste, dass sie vollkommen überrascht war, wo diese Pandemie herkommt und wo klar wurde, wir hatten zu wenig Schutzmaterial und zu wenig Masken. Die Maker-Kultur hat besonders gezeigt, wie man, was digitales Ehrenamt ist und wie man Schutzscharniere herstellen kann. Das ist ein Bild vom Havel-Lab im Verstehbahnhof. Strickmuster teilen wurde auf einmal zum Volksspurt. Das ist übrigens eine Urheberrechtsverletzung, je nachdem, wer das Urheberrecht an diesen Strickmustern hat. Ich finde es toll in diesem Fall. Es hat tatsächlich was geholfen. FFP2-Masken sind auf jeden Fall besser. Weiß man mittlerweile, sollte man sich am besten nicht herstellen, sondern gucken, wo man sie kaufen kann. Stellvertretend für viele Klagen von Frag den Staat gibt es jetzt auch Twitter-Direktnachrichten auf IFG-Antrag. Das ist eine schöne Entwicklung. Kurz vor Weihnachten gab es auch noch mal das Ganze in einer EU-Edition. Eine schöne Entwicklung ist auch, dass endlich Freifunk-Communities gemeinnützig werden. Ab nächstes Jahr sollen Spenden von der Steuer absetzbar sein. Gemeinwohlorientierter Journalismus ist leider noch nicht gemeinnützig. Das wurde hier verpasst. Das sollte nachgeholt werden. Und generell fehlt weiterhin Rechtssicherheit für zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich im Sinne der Demokratie engagieren und denen die ganze Zeit so ein Damoklesschwert der Finanzbehörde über ihnen schwebt, die ihnen die Gemeinnützigkeit und damit Steuervorteile und Vertrauen entziehen könnten. Es gab auch lustige Meldungen, die positiv sind. Es gibt eine erste Anerkennung für einen Aspekt der Digitalkultur. Und zwar ist die Demo-Szene fürs immateriale Kulturerbe nominiert. Jetzt steht die Demo-Szene endlich in einer Reihe mit anderen traditionellen deutschen Kulturgütern wie dem Brieftaubenwesen und dem Buchbinderhandwerk vollkommen verdient auf jeden Fall. 2020 war auch das Jahr, wo sich ARD und ZDF mehr für Creative Commons und alternative Lizenzierungsformen geöffnet haben. Hier kann man klar sagen, ZDF hat es eher verstanden als die ARD. Allerdings ist da auch noch bei beiden Institutionen viel Platz nach oben. Aber ich weiß von hinter den Kulissen, was das für ein Kampf war, der zuständigen Redakteurinnen in diesen Systemen über viele Jahre für diese kleinen Reformen zu kämpfen. Hoffen wir mal, dass da noch mehr von kommt und noch mehr Inhalte unter freie und offene Lizenzen gestellt werden, weil immerhin wir haben dafür bezahlt. 2020 war auch ein Jahr, wo Systemabsturz immer mehr Songs gemacht haben, mehr Singles rausgebracht haben, leider weniger Konzerte gespielt haben. Da hoffe ich auf mehr. Ich weiß gar nicht, ob der Systemabsturz irgendwo in diesem Programm des Kongresses unter reinkommt. Wahrscheinlich schon. Ansonsten guckt auf Systemabsturz, wo ihr sie hören könnt. Das war der netzpolitische Wetterbericht in diesem Jahr. Unser Motto ist, niemals aufgeben. Diese ganzen Debatten verfolgen uns teilweise schon seit 20, 30 Jahren. Die werden uns die nächsten 20, 30 Jahre verfolgen. Wenn wir dranbleiben, wenn wir gemeinsam uns engagieren, wenn wir diejenigen stärken, die für uns und unsere Rechte kämpfen, dann haben wir die Chance, eine lebenswertere digitale Gesellschaft zu schaffen. Und insofern fight for your digital rights. Vielen Dank fürs Zuhören und kommt gut ins neue Jahr. Bleibt gesund und irgendwann bis nach der Pandemie. Tschüss. 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 Vielen Dank.